So meine lieben Freunde, da bin ich wieder. Jetzt mache ich hier quasi den Selbsttest, wie fit bin ich wirklich? Kann sein, dass ich ab und an mal zwischendurch einzelne Hustenanfälle habe. Ich werde jetzt hier eine halbe, dreiviertel Stunde reden. Ich wollte jetzt hier auch nicht wieder fünf Einzelvideos draus machen, sondern wir machen jetzt hier wirklich Video komplett, was es in der letzten Woche rund um unsere Hertha passiert, dass ich zu allem mal ein bisschen meine Meinung sage. Also könnte ein sehr, sehr langes Video werden, wobei so ganz viel wie in einer normalen Woche ist ja auch nicht passiert. Ich wünsche euch jetzt erstmal den schönen vierten Advent mit eurer Familie zusammen und ich wünsche mir natürlich auch, dass ihr alle gesund werdet oder gesund bleibt, denn es sind ja in Deutschland sehr, sehr viele erkältet, krank, was auch immer. Ja und für mich ist es, wie gesagt, so ein kleiner Selbsttest. Wie fit bin ich denn wirklich, wenn ich jetzt hier mal wirklich eine halbe, dreiviertel Stunde spreche, was ja auch in meinem Hauptberuf wichtig ist, um zu testen, kann ich denn schon wieder in die Vollen gehen oder noch nicht? Was sind die Themen für heute? Zum einen müssen wir uns angucken, Nachwuchsmannschaften. Da war der letzte Spieltag für die meisten das letzte Wochenende, aber da habe ich ja noch nichts zu gesagt, hätte ich nämlich am Montag gemacht, wo ich dann ausgefallen bin. Darüber sprechen wir, wie stehen wir denn da jetzt auch zur Winterpause in den Mannschaften U23 bis U17 beziehungsweise andersrum da. Dann gab es ein ausführliches Kicker-Interview in der letzten Montag-Ausgabe mit unserem Präsidenten Kai Bernstein, wo er unter anderem über Bobic Abgang, Windhorst, Triple Seven Partners und so weiter geredet hat. Da möchten wir im Detail nochmal ein bisschen drauf eingehen. Dann geht es auch um Frauenfußball, der jetzt wirklich in Fahrt kommen soll, sodass wir nächste Saison der letzte Bundesligist sein sollten, der auch eine Frauenfußball-Mannschaft hat. Es geht um Ilgashi, das Riesentalent, was wir an Bayern im Sommer abgegeben haben, Darida, der den Verein verlassen hat und Li, der den Verein verlassen soll. In dieser Reihenfolge sprechen wir über die Themen. Wenn euch das interessiert, bleibt gerne dran. Ja, morgen denke ich mal, das wird noch zu viel sein. Streamen wird morgen noch nicht gehen, aber vielleicht schaffen wir es am Dienstag mit Flo zu streamen und dann können wir wieder eine normale Routine aufnehmen, sodass ich auch über die zwischen den Feiertagen viel für euch streamen kann, damit ihr beschäftigt seid und sich das auch gelohnt habt, dass ihr trotzdem abonniert habt. An der Stelle danke an euch alle, auch wenn da gar kein Content kam. Legen wir los mit Hertha's U17. Die hatte auch am letzten Wochenende schon spielfrei in der B-Junioren-Bundesliga Nord-Ost. Da hat die Mannschaft, nachdem es ja zeitweise echt nicht gut aussah mit dem neuen Trainer, am Ende sogar Platz 4 belegt. 13 Spiele haben sie jetzt absolviert, 35 zu 19 Tore, auch eine tolle Tordifferenz, plus 16, 23 Punkte. Was man aber auch sagen muss, die U17-Bundesliga ist sehr, sehr, ja sagen wir mal, ausgeglichen. Also der erste Abstiegsplatz ist Platz 12, dort befindet sich Hannover und die haben auch nur, sage ich mal, sieben Punkte weniger, obwohl es acht Plätze weiter hinten ist mit 16 Punkten. Aber die Tendenz ist ganz klar aufsteigend bei unserer U17. Die haben da gut die Kurve bekommen, nachdem man echt dachte, was ist denn jetzt los? Es ist der Jahrgang so viel schwächer als der letzte oder der Trainer. Man weiß es ja dann nicht, der neue so viel schwächer. Jetzt haben sie diese Halbserie ganz gut beendet, wobei, wie gesagt, der Abstand zu Wolfsburg relativ groß ist. Die haben über 33 Punkte und sind auf Platz 1. Also da wird es sehr, sehr schwer, sage ich mal, nochmal oben anzugreifen um die Meisterschaft. Aber nichts ist unmöglich und zumindest haben sie die Abstiegsplätze mal weit genug weggehalten. Das wäre ja eine halbe Katastrophe, wenn unsere U17 nicht mehr in der Junioren-Bundesliga spielen würde. Unsere U19 hat im DFB-Pokalviertelfinale letztes Wochenende gespielt und hat auch gewonnen. Und zwar in Nürnberg. Die sind Zweiter in der U19-Bundesliga Süd-Süd-West. Also auch nicht zu unterschätzen, die Mannschaft hat man auswärts mit 3 zu 1 gewonnen. Wir sind 1 zu 0 durch das Tor von Maser in Führung gegangen, dann 2 zu 0 in der 66. durch Pereira Mendes. In der 79. gab es dann nochmal einen Hoffnungsschimmer für Nürnberg und das 1 zu 3 durch Schickersinski war dann der Deckel drauf in der 88. Minute. So das Hertha im Halbfinale des Junioren-DFB-Pokals steht mit der U19. Sehr, sehr schön. Glückwunsch da an die jungen Männer. Und da geht es jetzt, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe, gegen den 1. FC Köln. Also auch da ist noch alles drin. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle an unsere U19. In der Tabelle befindet sich Hertha da, wo es sich hingehört in der U19. Der Meister ist auch wieder auf Platz 1 nach 11 Spielen mit 41 zu 11 Toren. Auch dem mit Abstand besten Torverhältnis der Liga und 28 Punkten befindet man sich vor dem Hauptkonkurrent Dynamo Dresden mit 3 Punkten Vorsprung. Die haben nämlich 25 Punkte dahinter, St. Pauli mit 21 Punkten. Also auch da Glückwunsch absolut im Soll. Unsere U19 sehr, sehr schöne Hinrunde bisher gespielt. Unsere U23 hatte nochmal ein Auswärtsspiel in Chemnitz. Chemnitz ist ja durchaus eine Mannschaft, die vielleicht noch was mit dem Aufstieg zu tun haben könnte. Da sind wir auf ein 1 zu 1 gekommen. 1 zu 0 hinten gelegen haben sie erst. Dann hat Maurice Czovic sein zweites Saisontor gemacht in der 42. Minute. Und so hieß es auch am Ende. Chemnitz befindet sich auf Platz 3 nach diesem Spiel und überwintert dort Hertha auf Platz 11. 15 Spiele, 23 zu 31 Tore, 18 Punkte. Lichtenberg ist der erste Abstieg auf dem ersten Abstiegsplatz, dem Platz 15 mit 13 Punkten. Da hat man jetzt 5 Punkte Vorsprung. Also man befindet sich weiterhin, ja, sag ich mal, im Abstiegskampf, wenn man es so sagen will. Aber auch hier die Tendenz klar steigt, nachdem man zwischendrin ja eine richtige Downphase hatte. Mit 2 mal 0 zu 5 zu Hause verloren. Scherndt hat auch wieder gespielt für die U23, um Spielpraxis zu sammeln und hat auch sehr, sehr gut gespielt. War sehr, sehr dynamisch, hat mir wieder gut gefallen. Ja, kann man auf jeden Fall nicht meckern. Dann lasst uns noch mal ganz kurz zu Niederlechner gehen. Ja, da war ja auch mein letztes Video. Niederlechner hätte ich ja gar nicht schlecht gefunden. Niederlechner sollte wohl angeblich zum Medizincheck letzte Woche Montag nach Berlin eintreffen, um dann eben schon im Winter oder eben im Sommer ablösefrei zu wechseln. Das dementierte der FC Augsburg und auch der Berater von Florian Niederlechner. Und ja, also zumindest hat man es nicht mitbekommen. Also ich habe keine Bilder gesehen, dass er irgendwie bei unseren Docs war und den Medizincheck absolviert hat. Wenn, dann haben sie es irgendwie heimlich hinbekommen. Es wurde dementiert. Es kam auch keine einzige Nachricht mehr, nachdem da der eine Insider aus dem Transfermarktforum und auch die BILD berichtet hatten, dass er wohl im Anflug ist. Jetzt habe ich gar nichts mehr dazu gelesen. Also anscheinend nichts Neues. Schauen wir mal, wie es da weitergeht. Ich denke mal nicht, dass es komplett aus der Luft gegriffen war. Nur das mit dem Medizincheck ist die Frage, ob der jetzt wirklich stattgefunden hat. Dann Kai Bernstein im Interview. Also kann ich euch nur empfehlen, euch das ausführlich durchzulesen. Das ist, glaube ich, über vier Seiten. Sehr, sehr interessantes Interview. Und war natürlich direkt nach der Medienrunde auch dort mal wieder im Fokus. Die Gerüchte um Fredi Bobic, die auch bis jetzt natürlich nicht abreißen. Er befindet sich jetzt gerade im Urlaub. Dennoch gehen viele, ich sage mal jetzt auch Blätter wie der Kicker und so weiter davon aus, dass Bobic auf gar keinen Fall abgeneigt ist. Und wir haben uns ja auch die Medienrunde mit Bobic angeschaut. Also ein absolutes Dementi sieht de facto anders aus. Er hat sich alle Optionen auf jeden Fall offen gehalten. Dem DFB auch erstmal nochmal gesagt, die sollen da erstmal Strukturen schaffen und so weiter. Eigentlich sich gut in Position gebracht. Und dementsprechend vermuten weiterhin viele Portale und auch Fans, dass es da zu einem Abgang kommen könnte, wo man halt wirklich mit gemischten Gefühlen rangeht, wann das auch sein sollte. Ist ja auch nochmal die Frage, jetzt schon im Winter oder dann eben erst im Sommer. Der Kurier hat ja da ganz reißerisch getitelt. Ja, kommt Bobic überhaupt nochmal zu Hertha zurück? Ich glaube, so drastisch ist es nicht. Ich glaube, wenn, dann müsste der DFB erstmal in den Grundstrukturen da Sachen ändern und dann könnte es vielleicht im Sommer soweit sein. Ja, Kai, auf die Frage, wenn er jetzt gehen würde, ähnelt es eher einer Ohrfeige, einem Rückschlag oder einer völlig normalen Personalie in einem überhitzten Fußballbusiness? Da antwortete Kai Bernstein drauf, Zitat, er das Letztere. Also es wäre für ihn weder eine Ohrfeige noch ein Rückschlag. Es wäre für ihn ein ganz normaler Vorgang in einem Fußballbusiness. Das wäre jetzt auch krass, wenn er sagt, nein, wenn er geht, es ist eine Ohrfeige oder so. Und dann passiert das am Ende. Da hat er sich sehr diplomatisch und ja, auch gewohnt diplomatisch zu geäußert. Dann auch gute Nachfragen vom Kicker. Würde er ihm denn die Freigabe erteilen, wenn Fredi Bobic darum rein hypothetisch bei einem Angebot, was es ja angeblich noch nicht geben soll, gehen wollen würde? Und darauf sagte eben Kai Bernstein sinngemäß, dass er ihm die Freigabe erteilen würde. Denn man solle Reisende nicht aufhalten und das sehe ich auch absolut genauso. Was ich aber nochmal hinzufügen möchte ist, er hat bei uns noch einen Vertrag bis 2024. Ich fände es von Bobic trotzdem nicht gut. Das muss man deswegen trotzdem nicht gut heißen. Natürlich kann man jetzt sagen, Spieler erfüllen doch auch nicht ihre Verträge. Ich finde, das ist schon ein bisschen was anderes bei einem Manager. Ich meine, er hat den gleichen Move in Frankfurt gemacht. Bloß da hat er die wenigstens hinterlassen auf einem guten Platz. Jetzt könnte man sagen, bei uns hat er jetzt auch viel rumgewurschelt. Naja, aber so wirklich viel besser als vorher sind wir auch nicht unter verschiedensten Umständen. Also wenn ein Manager bei so großen Umbrüchen und vor allem in so schwierigen Zeiten für einen Verein, wo man weiß, was für Riesenarbeiten noch auf uns zukommen, wie schwer es auch um uns steht finanziell und was da alles noch für Aufgaben auf uns zukommen, fände ich von ihm, auch wenn es eine einmalige Chance ist, verstehe ich, aber fände ich von ihm trotzdem, muss ich sagen, ganz ehrlich, nicht gut. Aber er hat natürlich recht, Kai, warum soll man jetzt jemandem, wenn es sein Traum sein sollte, dort arbeiten zu können? Das kann ich mir gut vorstellen, weil im Endeffekt ist er ja so ein Typ, der gerne Projekte anfasst und wenn er da komplett die freie Hand kriegt, weil er irgendwie wirklich der Wunschkandidat für den DFB ist und alles umgestalten kann, im Endeffekt wahrscheinlich sogar weniger Stress hat, als bei der Härteaufgabe in Zukunft ähnlich viel verdient und sich alles mitgestalten kann, dann kann man ihn aus seiner Sicht wahrscheinlich auch verstehen, dass er gehen will und dann macht es, glaube ich, keinen Sinn, ihn hier frustriert bei uns zu behalten, aber, das muss man ganz deutlich sagen, dann erwarte ich auch eine standesgemäße Abfindung. Zum einen würden wir uns natürlich ein relativ hohes Gehalt einsparen, das muss man auch sagen, selbst wenn man jetzt einen Nachfolger schwierig finden wird, dann muss man halt gucken, wer ist wirklich mit Härteaufgabe verbunden, vielleicht kommt dann auch wieder ein Arne Friedrich ins Gespräch oder so, der ja schon auch in der operativen Arbeit zwischenzeitlich beschäftigt war und einen ähnlichen Job übernommen hat, also kommissarisch zumindest, als Michael Preetz dann entlassen wurde, der würde wahrscheinlich auch deutlich weniger verdienen. Den muss man dann vielleicht auch Berater zur Seite stellen, keine Ahnung, ist jetzt alles viel hätte, wäre wenn und aber. Fakt ist, wir wollen eine Ablöse dann haben, da bin ich mir ganz sicher, er hat noch bis 2024 Vertrag, selbst wenn er im Sommer gehen sollte, hat er noch ein Jahr Vertrag. Wir haben damals zweieinhalb Millionen Ablöse bezahlt an Eintracht Frankfurt, also ich sage mal so, mindestens das würden wir wieder haben wollen. Die Sportbild hat jetzt am Mittwoch sogar berichtet, das ist in dem Vertrag von Bobic, habe ich das erste Mal gehört, wie viel da dran ist, keine Ahnung, hat das erste Mal berichtet, dass es wohl vereinsseitig eine Option gibt mit Bobic, um zwei Jahre zu verlängern bis 2026, was ja durchaus Sinn machen würde, weil auch wenn es nach außen hin zumindest noch nicht ganz so drastisch schlimm aussah und Bobic vielleicht auch gar nicht wusste, worauf er sich hier einlässt, fand ich damals schon, er hatte zwar ein sehr hohes Gehalt, aber drei Jahre für Hertha dahin zu bringen, wo sie hinwollen, auch schon zum damaligen Stand, wo es noch nicht so drastisch mit den Zahlen war, zumindest nach außen wie jetzt, dachte ich, drei Jahre, naja, so viel Zeit ist es eigentlich nicht, um da alles zu erreichen, von daher könnte ich mir schon gut vorstellen, dass es diese Option wirklich gibt, glaube aber nicht, dass sie nur vereinsseitig ist, weil auch hier wieder, wieso sollte man mit einem Manager vereinsseitig verlängern, wenn der gar keinen Bock drauf hat, aber natürlich, wenn der DFB ihn will, könnte man sagen, ja, wir wollen die aber vereinsseitig ziehen, dann hätte er auch im Sommer quasi noch drei Jahre weiter Vertrag und so könnte man die Ablöse etwas nach oben. Ja, katapultieren. Kai selbst, wenn ihr euch noch daran erinnert, da sagt er damals im Talk mit mir, also ich erinnere mich zumindest daran, weil ich ihn ja geführt habe, dass er Bobic zumindest kritisch sieht, was ja auch von außen völlig verständlich war oder ist, man weiß nicht, wie er arbeitet, zumal er da auch diese ganzen schlechten Transferphasen, die ersten beiden hingelegt hatte, fast schon katastrophale Transferphasen. Jetzt sieht die Sache ja etwas anders aus, mit der letzten Transferphase wird sich noch herausstellen langfristig, ob das eine gute war oder nur die am wenigsten schlechteste von ihm. Jetzt ist er näher dran. Er selber sagt, Kai, er würde ihn gerne länger oder noch lange im Verein haben, wenn es nach ihm geht. Wäre ja auch bescheuert, wenn er jetzt was anderes sagt, aber so ist es eben auch nochmal unterstrichen, wenn der DFB kommt, naja, wir wollen ihn auch nicht abgeben, wir wollen ihn sehr, sehr gerne, sehr lange da haben, wobei ich ihm die Aussage da auch völlig abnehme. Ja, dann gab es nochmal Fragen, wie war das denn jetzt überhaupt mit Wintorst? Gab es da, nee, komm, wir fangen erstmal an mit 777 Partners, bevor wir zu Wintorst wieder kommen. Die Frage ist, also 777 Partners läuft ja alles relativ gut, es ist wohl noch nichts fix, wenn es nach Wintorst gegangen wäre, wäre der Vertrag wohl ja in diesem Jahr noch abgeschlossen worden, dann hätte er wahrscheinlich die Verluste auch dieses Jahr noch geltend machen können bei einem Verkauf. Mal gucken, ob sie das noch schaffen, es sind noch 16 Tage Zeit, die werden schon einen Notar finden, wenn sie den Vertrag haben, aber ob das so schnell über die Bühne geht, ist die Frage. Da geht es ja immer noch darum, würde Hertha jetzt ein Veto einlegen, da sagte Bernd Schoen sieht er jetzt nicht groß einen Grund für, um da ein Veto einzulegen, dann kam auch nochmal die Frage ganz interessant, würde es denn ein Grund sein, ein Veto einzulegen, wenn Wintorst, wie es ja in den Medien kolportiert wird, wirklich Anteile bekommen sollte an 777 Partners? Und dann sagte Bernd Schoen auch, naja, auch da wisst ihr jetzt nicht, warum, das ist ja nicht quasi direkt über die Hintertüren Investment an Hertha, weil auch 777 Partners eine Unternehmensgruppe ist mit ganz, ganz vielen verschiedenen Unternehmen und wie Bernd Schoen das jetzt als Beispiel beschrieben hat, wenn es da beispielsweise eine Beteiligung von Windhorst an dem Immobiliensektor geben sollte oder die haben ja auch Luftfahrtsektor, das hätte ja mit dem Sportbereich gar nichts zu tun und so hätte er ja auch nicht durch die Hintertür weiter ein Investment bei Hertha, also da bräuchte man dann kein Veto einlegen. Ja, anders hat er sich dazu nicht geäußert, sodass ich mal denke, es geht gar nicht darum, dass er in dem Sportbereich da noch Anteile bekommt. Er wurde auch nochmal gefragt, muss Hertha denn weitere Anteile veräußern und würden sie das denn machen? Kai hat sich dazu geäußert, es müssen keine weiteren Anteile veräußert werden, aber diese hat er ja schon mal übrigens gesagt, diese Möglichkeit wird natürlich geprüft, genauso wie weitere Anteile zu verkaufen, wenn jetzt eben ein neuer Investor kommt, wird genauso geprüft, wie eben, ja keine Ahnung, weitere Anleihen oder andere Sponsoring-Konstrukte, um eben Geld reinzubekommen, was wir ja dringend brauchen. Also wir müssen nicht nur Kosten sparen, sondern möglichst auch die Einnahmen erhöhen und da will Kai auf jeden Fall nichts ausschließen. Also für alle die, denen das leider auch weiterhin Dorn im Auge ist, denen kann man nur sagen, ja es könnte sogar sein, dass noch mehr Anteile veräußert werden, wenn dann, aber kann man sich, glaube ich, bei Kai Bernstein sicher sein, nicht aus dem Hintergrund, dass man das unbedingt will, sondern dass man, wie er es auch selber gesagt hat, dass man auch in der heutigen Welt auch als Fußballromantiker ankommen muss und sagen muss, ey, man kann nur unter gewissen Voraussetzungen wettbewerbsfähig sein und die Situation ist nun mal so, wie sie jetzt ist und sollte das absolut wichtig werden, dann muss man es vielleicht einfach machen. Wir sollten aber wohl keine Lizensierungsprobleme bekommen, auch ohne Geldspritze, das hat Bernstein in dem Interview auch nochmal gesagt. Nochmal auf Windhorst angesprochen, ja, Windhorst hat er eigentlich ganz gut formuliert, er sagte, außer dem Geld, was Windhorst Hertha gegeben hat, war die schnelle Präsentation von 777 Partners als möglichen neuen Investor die zweite gute Sache, die er Windhorst für Hertha gemacht hat. Also das war auf jeden Fall nochmal ein ordentlicher Seitenhieb, aber eben auch nochmal ein großes Lob für 777 Partners, da nochmal ein bisschen Honig ums Maul geschmiert, ich habe schon mal geguckt, wie man ja heute so recherchiert, heißt natürlich nichts, die kennen sich auch mittlerweile, auf jeden Fall folgt Kai schon mal, Josh Wanda und auch der 777 Partners auf Instagram, was natürlich nicht heißt, dass jetzt der Kontrakt da abgeschlossen wurde, ja, ist völlig klar, aber so wird ja heute meistens, wenn man spekuliert, wechselt der Spieler dorthin, folgt der denn schon dem Verein, so wird der heutzutage immer geguckt, das habe ich zufällig sogar nur gesehen, fand ich auf jeden Fall ganz interessant. Es ging auch in dem Interview nochmal darum, dass die Kanzlei, die beauftragt wurde, um eben zu prüfen, ob Lars Windhorst nun wirklich diese Shibumi-Firma beauftragt hat, um Gegenbauer und weitere Leute zu beschatten und eben den Fall quasi hinterrücks einzuleiten, ob das wirklich durch Windhorst, was ja durch Fritzenkötter und die Tenor Group immer bestritten wurde, ob das wirklich durch Windhorst und Tenor Group passiert ist, da soll jetzt der Abschlussbericht vorliegen, der laut Bernstein erstmal mit den Gremien ausgewertet werden soll, bevor man dann damit an die Öffentlichkeit und vor allem eben auch an die eigenen Mitglieder geht, was dabei rausgekommen ist. Die BILD will jetzt aber schon wissen, oder es war glaube ich nicht nur die BILD, es waren mehrere Zeitungen, wollen schon wissen, was dieser Abschlussbericht denn beinhaltet, nämlich ja, es ist wohl rausgekommen, dass laut der Kanzlei Windhorst tatsächlich daran beteiligt war und wenn man mal ehrlich ist, von außen alles andere wäre irgendwie auch unlogisch gewesen, oder? Also wieso sollte das nicht stimmen? Es wäre absolut unrealistisch gewesen, aber warten wir ab, bisher ist es eben noch nicht bestätigt, so lange müssen wir auf jeden Fall noch abwarten. Bisher hat Kai gesagt, er will sich dazu nicht weiter äußern, diese Nachricht, dass es wohl so sein solle, dass die Bestätigung durch den Bericht vorliegt, hatte Kai Bernstein auch weiter nur so kommentiert und gesagt, jetzt lasst uns bitte die Gremien erstmal darüber gehen über den Bericht und dann wird die Öffentlichkeit rechtzeitig darüber erfahren. Ja, das zu dem Interview könnt ihr gerne nochmal euch komplett durchlesen, da gab es noch einige interessante Themen, rein theoretisch, was könnte jetzt eigentlich passieren, wenn es denn wirklich so sei, dass die Kanzlei herausgefunden hat, dass Windhorst das gemacht hat, könnte Gegenbauer ihn irgendwie strafrechtlich rankriegen oder so, also laut verschiedenen Medienberichten wäre da wohl für Gegenbauer kein strafrechtlicher Prozess drin, sondern nur, sage ich mal in Anführungszeichen, eine zivilrechtliche Klage, was ja immerhin schon überlegenswert wäre, also wenn das einer mit mir und meiner Familie gemacht hätte, um da an meinem Stuhl zu sägen, da würde ich auf jeden Fall alle Mittel ausschöpfen, mal gucken, ob das Gegenbauer macht oder ob er sagt, ey komm, ich will von diesem Typen einfach nie wieder irgendwas hören. Ja, dann habe ich ganz vergessen, das zu sagen, es geht auch um Frauenfußball, Frauenfußball wollten wir heute auch noch besprechen. Nee, doch, hatte ich gesagt, Hertha ist ja der letzte Bundesliga-Klub, der noch keine Frauenfußballmannschaft hat. Wir hatten ja da immer die Kooperation mit Turbine Potsdam, wir haben auf der Mitgliederversammlung schon, oder auf den letzten Mitgliederversammlungen schon entschieden und auch gehört, wie da der breite Zustimmung in uns Mitgliedern ist und auch wenn wir bei uns in der Community fragen, also jeder ist eigentlich dafür. Die Frage ist nur, wie. Also ich hatte schon mal gesagt, es ist natürlich ein langer, ein steiniger Weg, bedarf auch viel Initiative, bedarf wahrscheinlich auch einer sehr, sehr langen Kontinuität. Aber ich hatte schon mal gesagt, also für meinen Geschmack, aber ich bin natürlich auch zu weit weg, ich habe keine Ahnung von diesem Business, aber für meinen Geschmack würde ich schon gerne eigentlich in der Bezirksliga anfangen, auch wenn ich weiß, dass es im Frauenfußball relativ normal ist, dass da andere Mannschaften übernommen werden, um eben weiter oben anzufangen und dass wir da kein Einzelfall wären, aber irgendwie hat es für mich trotzdem, sagen wir mal, ein bisschen was Doppelmoralistisches, wenn man jetzt das Gleiche im Frauenfußball macht, was man doch, also zumindest wir ja alle oder ein sehr, sehr großer Teil im Herrenfußball extrem ablehnen, nämlich eine Übernahme einer anderen Mannschaft, um sich höher in der Liga einzukaufen. Natürlich ist der Hintergrund immer noch ein anderer bei uns als bei Red Bull, weil da geht es ja, oder bei ERB, da geht es ja im Endeffekt nur darum, ein Produkt oder ein Unternehmen in den Vordergrund zu stellen, damit es noch mehr Profit macht, da geht es ja nicht ums Vereinsleben und hier will man nur eine weitere Sparte im Vereinsleben eröffnen und die erfolgreich machen, also der Grund ist ja immer noch ein anderer, trotzdem ist es natürlich eine Angriffsfläche wieder für alle möglichen Leute, die sagen, wie doppelmoralistisch man doch ist, wenn man das auf der einen Seite verteufelt und auf der anderen Seite im Frauenfußball selber macht, aber im Frauenfußball ist es auch fast schon Gang und Geber, könnt ihr euch ja mal die anderen Frauenmannschaften angucken, wie das da so erfolgt ist, ist da nichts Besonderes. Ja, also die Kooperation so wie eine Potsdam soll ja beendet werden und jetzt wird eben überlegt, ob man eben sich die paar Schritte in dem Sinne spart, aber eben auch nicht in der ersten oder zweiten Liga direkt anfängt, sondern ob man die Damenmannschaft von Hertha 03 Zehlendorf übernimmt. Mit Hertha 03 Zehlendorf hat ja Hertha sowieso sehr, sehr gute Verbindungen und Beziehungen, weil man da ja sehr, sehr viele Jugendspieler immer herholt, also etliche Spieler. Jetzt gerade ist es zum Beispiel ein Gechter, der da mal gespielt hat, früher glaube ich Jerome Boateng, also ganz, ganz viele haben ja da gespielt, Sofian Schahed, Malik Fati und so weiter. Ich glaube sogar, ja doch, Antonio Rüdiger, der ja leider niemals für Hertha BSC gespielt hat, der war auch mal bei Hertha 03. Ja, Antonio Rüdiger, wäre geil gewesen, wenn der mal für Hertha gespielt hätte, ist ja auch ein Ur-Berliner. Und ja, da überlegt man jetzt, diese Mannschaft, die ist gerade in die Regionalliga der Damen aufgestiegen dieses Jahr von Hertha 03, die haben da gut was entwickelt, zu übernehmen. Und Hertha 03 scheint dem auch gar nicht abgeneigt zu sein. Die haben gesagt, wir haben so eine tolle Entwicklung hingelegt mit unseren Damen, sind jetzt in die Regionalliga, also die dritte Klasse unter den Damen aufgestiegen, befinden sich derzeit dort auch auf Platz 10 von 14, also sind im Abstiegskampf, aber sie halten sich dort gut. Und ich glaube auch für Hertha 03, um da den nächsten Entwicklungsschritt für die Mädels zu machen, die sie ja schon haben, um denen da auch eine Perspektive zu geben, wäre das eine der wenigen Möglichkeiten, weil wahrscheinlich würden sie irgendwann an eine Grenze stoßen, was sie nicht mehr weiter bedienen könnten, weil Hertha 03 halt immer noch ein erfolgreicher Amateurverein, auch im Herrenbereich, spielen sie ja in der Berlinliga, aber ist eben noch kein Profifußball. Und ja, da müsste man, wäre man eben nicht abgeneigt, auch von Hertha 03 Seite da eine Übernahme zu machen. Hertha würde dann quasi gleich in der dritten Damenliga einsteigen. Man würde wohl auch die U17 und die U15 von Hertha 03 übernehmen. Und der Projektleiter ist jetzt auch ganz interessant, der hat ja sogar mal bei Hertha 03 gespielt und eben auch bei Hertha BSC. Für diesen Bereich soll wohl laut der Bild Sofian Scharheit werden. Sofian Scharheit kennt ihr noch, links oder rechts da außen? Ich glaube, rechter Außenverteidiger. Mir hat er eigentlich immer ganz gut gefallen, auch wenn er nicht ewig bei uns gespielt hat, hat er dann nochmal in Intermezzo auch in Hannover. Hat immer schöne Flanken geschlagen, ich fand den immer ganz gut. Er hat da Zählenlauf gespielt und war zuletzt Trainer bei Tobine Potsdam. Also ist auch im Frauenfußball durchaus involviert. Sehr, sehr sympathischer Mann. Hertha-Vergangenheit, der soll jetzt wohl der Projektleiter dafür werden. Und dann schauen wir mal, wie sich das entwickelt und wie das Hertha machen solltet. Ihr könnt ja gerne mal eure Meinung reinschreiben. Ich hatte das schon mal in einem Stream gefragt. Seht ihr das gar nicht problematisch? Würdet ihr das auch so machen? Übernahme von Hertha 03? Also ich fand es am Anfang auch nicht problematisch, bis ich mal so ein bisschen darüber nachgedacht habe, woher bei manchen Leuten die Kritik kommen könnte, wenn man jetzt so eine Übernahme macht. Warum man nicht einfach unten anfängt und sich vielleicht schon ein paar gute Damen aus verschiedenen Klubs vielleicht auch kaufen kann. Das ist natürlich dann auch unfair in der unteren Liga, weil das andere Klubs nicht können, aber dann eben von unten das Feld aufmischt. Es dauert halt aber nur sehr lange. Oder ob ihr das überhaupt nicht kritisch seht und sagt, ey, es wird Zeit, dass wir auch in einer Damen-Bundesliga spielen. Das dauert sowieso jetzt noch ewig, selbst wenn wir Hertha 03 übernehmen. Wir müssen eine Übernahme machen. Da könnt ihr gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Ja, auch um Nachwuchs geht es jetzt noch mal kurz. Ich weiß immer noch nicht, heißt der Il-Gashi? Ich glaube, er heißt Il-Gashi. Il-Gashi, also ja, nach Aseko oder mit Aseko wahrscheinlich eins der größten Talente der letzten fünf Jahre aus der Hertha-Akademie, wurde natürlich wieder rechtzeitig vom FC Bayern weggelotst, der 14-Jährige, wo wir ihm gar keinen Vorwurf machen wollen und seiner Familie, habe ich ja schon mal gesagt, man muss da auch die Familien verstehen. Das ist auch eine einmalige Chance. Man weiß ja nicht, was den Eltern und so weiter dann auch alles angeboten wurde und wer weiß, ob es der Junge jemals im Profibereich schafft und so haben sie vielleicht schon mal eine kleine finanzielle Spritze oder Absicherung. Der junge Mann wechselte leider mit 14 im Sommer zum FC Bayern in die Nachwuchsabteilung für 90.000 Euro. Da denkt man sich auch, also es ist natürlich viel Geld für einen 14-Jährigen, aber ach ey, so ein Riesentalent. Gut, ob der bei uns am Ende spielen würde, wäre mal die nächste Frage, aber es ist einfach traurig, in so einem Alter des Spielers so günstig abzugeben. Uns winken wohl noch 30 Carboni, wenn er bestimmte Jugendmannschaften durchlaufen hat. Derzeit hat er jetzt in der U15 gespielt, hat dort in acht Spielen auch wieder neun Tore erzielt. Also der ist auch ein fantastischer Stürmer, wurde dann direkt in die U16 befördert von den Bayern, hat auch da wieder in vier Spielen drei Tore gemacht, obwohl er zweimal nur als Joker kam. Und er soll auch bis 2023 eingebürgert werden. Ich weiß nicht, ich glaube noch hat er die albanische oder kosovarische Staatsbürgerschaft, sodass er eben auch für die Jugendnationalmannschaften von Deutschland in Frage kommt. War da wohl auch schon ein paar Sichtungstrainings dabei, wird auch kurz oder lang auch für die Spiele, wenn er weiter seine Statistiken so einhält. Ja, uns winken laut Bild nochmal 500.000 Euro, wenn er dann zum ersten Bundesliga-Einsatz für die Bayern kommt, was natürlich schön wäre, wenn man irgendwann nochmal eine halbe Million bekommt, aber wenn man mal ganz ehrlich ist, ist es trotzdem ein Tropfen auf den heißen Stein, wenn es wirklich so ein Riesentalent ist. Also sehr, sehr schade. Trotzdem wünschen wir ihm natürlich für die Entwicklung alles Gute. Selbst wenn er am Ende dann Bundesliga spielt und der nächste Musialer wird bloß im Sturm und wir uns sagen, Alter, den haben wir für 500.000 oder 600.000 Euro abgegeben, ist es so lächerlich. Ja, wir hätten es ja nicht ändern können. Es wäre trotzdem eine tolle Werbung für die Berliner Nachwuchsakademie. Wir müssen da an uns arbeiten, dass die Spieler bei uns bleiben wollen. Ich gönne es trotzdem jedem und wünsche ihm da weiterhin alles Gute. Ja, einen Abgang konnten wir dann unter der Woche auch verzeichnen. Wurde dann auch offiziell, Darida und Hertha BSC haben es gepostet, Darida hat sich bei uns bedankt. Darida erhält die Freigabe und wechselt zu Aris Saloniki, heißen die Aris Saloniki, ja, nach Griechenland und ja, hatte noch ein halbes Jahr Vertrag, rund 1,5 Millionen geschätzter Marktwert für den 32-jährigen Tschechen, der ja glaube ich seit 2015 bei uns war, also auch immerhin sieben Jahre. Wir haben damals für ihn 3,8 Millionen bezahlt, was für seinen Transfer, auch wenn er die letzten Jahre vor allem mir die Nerven geraubt hat, wirklich ein guter Transfer war, ja. Also, der hat schon sehr, sehr viel für Hertha geleistet, muss man ganz ehrlich sagen. Jetzt in dieser Saison kam er nur zu drei Bundesliga-Kurzeinsätzen innerhalb von 28 Minuten ohne Torbeteiligung. Ja, im DFB-Poker hat er einen Einsatz ohne Torbeteiligung, insgesamt 45 Minuten, aber insgesamt hat er für unsere Hertha auch schade. Also, ähnlich wie Niklas Stark, er hat leider die 200-Spiele-Marke nicht geknackt, 192 Spiele, 16 Tore, 29 Vorlagen. Also, das müssen ihm erstmal einige technisch gute zentrale Mittelfeldspieler, ohne dass ich jetzt Namen erwähne, nachmachen, ja. Also, er war eine Zeit lang schon das Sinnbild für eine aufschrebende Hertha, warum wir es ja auch nach Europa geschafft haben und damals gab es wirklich von der SZ und der von Sport 1, vielleicht blende ich es euch hier mal ein, ein Gerücht, also ein Jahr, nachdem er zu uns gewechselt ist, er hat so gut performt, nachdem er von Freiburg zu uns kam, dass es tatsächlich Gerüchte darüber gab, und die SZ ist ja jetzt nicht irgendwer, dass Real Madrid-Scouts ein Auge auf ihn geworfen haben sollen. Ja, da gab es auch endliche englische Top-Clubs und ich weiß noch genau, also jetzt ist es irgendwie total lustig, dieses Gerücht, da könnte man eine eigene Kategorie draus machen, absurde Gerüchte oder so aus der Vergangenheit, rückwärts betrachtet. Aber ich weiß noch, damals hatte ich echt Angst, nicht, dass er jetzt zu Real geht, das habe ich auch damals nicht vermutet, aber dass ihn irgendein englischer Top-Club oder so holt, weil er war ein absoluter Leistungsträger, er war torgefährlich, er war unser Mittelfeldmotor, er ist viel gelaufen und er stellt ja auch immer noch den Rekord auf von 2020, ich glaube 14,5 Kilometer mit den meistgelaufenen Metern in einem Bundesligaspiel jemals. Also unser Dauerläufer, Vladi, da, die, da, er wird jetzt gehen, über eine Ablöse ist nichts bekannt, ich könnte mir sogar gut vorstellen, dass wir jetzt gar keine Ablöse erhalten und wenn wir eine Ablöse erhalten, dann wird die im niedrigen, aber im ganz niedrigen sechsstelligen Bereich liegen, das wird auch nicht das Entscheidende gewesen sein, man wollte da, glaube ich, Vladimir Darida auch den Gefallen tun, er wollte jetzt nochmal was machen, er ist ja noch so im Saft, dass er auf jeden Fall noch für einen Klub spielen kann, ob es jetzt wirklich Bundesliga auf höherem Niveau sein muss, ist die Frage, aber ja, er spielt überhaupt keine Rolle mehr, er will noch spielen, wir sparen uns extrem viel Gehalt ein, also laut Schätzung soll er ja bis zu zweieinhalb Millionen Fixgehalt gehabt haben, also sparst du dir allein jetzt schon nochmal knapp 1,25 Millionen ein, dann selbst wenn es keine Ablöse gibt, der spielt ja bei uns keine Rolle mehr, ja, also von daher absolut nachvollziehbarer Transfer, hätte man viel früher schon durchziehen können, im Sommer nämlich, aber da gab es vielleicht auch einfach nicht die Interessen und ja, jetzt geht der 76-malige tschechische A-Nationalspieler, der dabei acht Tore gemacht hat, nach sieben Jahren und ich kann nur sagen, danke, er war immer ein Musterprofi, er war immer ein sehr, sehr sympathischer Typ, gar keine Frage, hat immer alles gemacht, ey, auf jeder Position wurde der eingesetzt, bei jeder Mannschaft Trainer Liebling, durfte Standards schießen, warum auch immer, hat rechter Verteidiger gespielt, hat Andorrenflügel gespielt, was der alles gespielt hat, ja, aber wirklich die letzten zwei, drei Jahre waren dann wirklich anstrengend, aber trotzdem tolle Arbeiten geleistet, hat sich nie was zu schönen kommen lassen, danke und viel Erfolg weiterhin, Wladimir Narida und dann soll uns wohl noch ein weiterer verlassen, das ist allerdings noch nicht offiziell und das wäre dann besiegelt mal wieder leider einer von Fredi Bobic und Dirk Dufners absoluten Flop-Transfers, wo man sich bis heute fragt, was ging damals in denen vor, als sie ihn letzten Winter verpflichtet haben, die Rede ist von Dong Jun Li, 25, also der kann ja mittlerweile fast schön leid tun, hat immer noch einen Marktwert von 500.000 Euro, frage ich mich, wo der herkommt, aber gut, 2025 ist er noch an uns gebunden, bis 2025, er hat jetzt wirklich in einem Jahr, muss man auch sagen, unfassbar viele Verletzungen erlitten, es tut ihm auch wirklich leid, der arme Mann wurde auch nie richtig integriert, muss man ganz ehrlich sagen, wir holen ihn hier her, der kann kein Wort Englisch, wir haben keinen richtigen Übersetzer, der Einzige, der mit ihm sprechen oder kommunizieren kann, ist der Vereinsarzt gewesen, klar hat er dann auch Deutschkurse und so genommen, aber da ist vielleicht auch die Integration einfach von Anfang an schon mal völlig schief gelaufen, mal wieder bei Hertha, er kam ja, wenn man Medien glauben will, von Ulsan Hyundai für 800.000 Euro und wir haben uns ja damals Highlights Videos von ihm angeguckt, weil seine Statistiken in der Südkorea, in der K-League waren echt gut, aber sie waren eben in der K-League und wenn man da gesehen hat, dass er da Kopfballtore gemacht hat und wie der teilweise durch die Mannschaften gegangen ist, ja, koreanischer Messi, aber eben auch nur, wenn die Gegenspieler spielen, also nicht böse gemeint, aber Spieler mit sehr, sehr hohem Niveau aus Südkorea, die spielen halt auch in einer anderen Liga, ja, also das haben wir schon damals, als wir uns die Highlights und Skill-Videos von ihm angesehen haben, gesagt, ja, super, wenn er das in der Bundesliga machen kann, aber so geht das in der Bundesliga nicht, das war maximal Drittliganiveau, was wir uns da von den Gegnern angeschaut haben, dann kam auch noch hinzu, dass er bei uns völlig verheizt wurde, weil wir ja gar keine Flügelspieler hatten und Korkut wollte dann unbedingt immer die Neuzugänge von Bobic einsetzen und hat ihn direkt spielen lassen, er war körperlich überhaupt nicht in der Lage dazu, ja, dann hat er insgesamt jetzt vier Einsätze für uns gehabt, vier Einsätze, keine Torbeteiligung, 116 Minuten gespielt und jetzt soll das Intermezzo wieder vorbei sein, er geht jetzt wohl wieder zu einem Hyundai-Club, wohl zurück nach Südkorea zu Jeon Back Hyundai Motors, es ist noch nicht offiziell verkündet, man weiß auch nicht, was es da für eine Ablöse geben könnte, ob es da überhaupt eine Ablöse gibt, also der Transfer fällt ja wohl ganz eindeutig mal unter absoluter Flop und da muss man sich wirklich, also bei allen Verantwortlichen, Bobic, Stufner und auch der Scouting-Abteilung fragen, was da an denen vorgegangen ist, weil wir hatten ja auch damals schon kein Geld, ja, also war ja jetzt nicht so, dass man sagt, ja, kann man mal mitnehmen, ist ein Riesentalent, kannst du auch mal 800.000 ausgeben, der war damals auch schon 24 oder 25, also der war damals auch nicht mehr in dem Alter, wo man sagt, ja, 800.000 für einen 20-Jährigen Südkoreaner kann man mal machen, vielleicht klappt das, wir hatten kein Geld, wir brauchten sofort Spieler und holen einen 25-Jährigen, der noch nie irgendwo in einer anderen Liga gespielt hat und vor allem nicht in Europa, der kein Englisch spricht, integrieren den nicht und sagen, ja, der wird jetzt der Halsbringer sein und dann kommen natürlich auch noch die ganzen Verletzungen dazu. Man muss jetzt sagen, in den letzten Testspielen jetzt nach der Hinrunde hat er mir eigentlich gut gefallen, er hat mutig aufgespielt, hat natürlich wieder etliche Chancen vergeben, unter anderem Elfmeter verschossen, hat aber auch ein Tor gemacht, hatte gute Bewegung dabei, hat mir echt gut gefallen, aber es war natürlich wieder gegen nicht das höchste Niveau an Gegnern. Also mir tut er nur leid, kann er auf jeden Fall, muss er oder muss er sich leider in die Vita selber schreiben, dass er da gescheitert ist. Ich will immer noch nicht ganz dieses wilde Gerücht aus dem Kopf kriegen, dass wir den damals nur geholt haben, weil Hyundai das wollte und dass wir vielleicht auch gar keine Ablöse gezahlt haben, dann wäre es ja nicht ganz so schlimm, aber sollten wir wirklich 800.000 Ablöse bezahlt haben, dann war das wirklich einer der schlechtesten Transfers jemals, rein sportlich gesehen sowieso, absolut schwach. Wenn es nur ein Marketing-Ding war, wo wir am Ende nichts für bezahlt haben oder sogar noch Geld für bekommen haben, was aber nur ein Gerücht ist, ja, dann war es nicht so schlecht, das wissen wir jetzt von außen nicht. Aber ansonsten wünsche ich natürlich Lee, ey, der tat mir wirklich am Ende nur noch leid, ist bestimmt auch ein lieber Typ, wünschen wir ihm natürlich alles Gute, dass er auf jeden Fall, wenn er jetzt auch zurückkommt, wieder fit wird und nicht andauernd verletzt ist und da auch wieder an alte Leistungen anknüpfen kann, nicht, dass es jetzt ein absoluter Karriereknick ist, er war ja sogar mal ein südkoreanischer A-Nationalspieler. Also alles Gute da für unseren Dong Zhongli, wenn der Transfer verkündet werden sollte oder sobald der verkündet werden sollte, erfahrt ihr es hier natürlich auch. So, damit würde ich das Video erstmal beenden. Ich habe es auf jeden Fall vor, morgen ein weiteres Video zu machen. Es fehlen ja auch immer noch diese Videos, die ich eigentlich machen wollte, bin ich jetzt aber auch aufgrund von Krankheit leider nicht zugekommen. zu ehemaligen Hertha-Legenden, die mal ein bisschen vorzustellen. Anfangen wollte ich ja mit Josep Simonitsch, der ja auch meine früheste Hertha-Zeit extrem geprägt hat. Kommt auch, Hertha-News kommen, also Content, braucht ihr euch keine Sorgen machen, kommt ganz viel. Dienstag ist spätestens der nächste Stream. Merke jetzt aber auch, ja, doch nach einer halben Stunde reden ist meine Stimme dann doch ein bisschen schwächer. Ich lege mich jetzt wieder hin. Wünsche euch einen schönen vierten Advent, bleibt gesund, bleibt Hertha-treu und ihr kriegt genug Content über die Feiertage und auch danach, es dauert nicht mehr lange, dann geht's wieder los und geht richtig los mit der Bundesliga. Bis dann, Hauri und Tschüss.